Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist nochmal euer Georgian Gauwut aus dem Auf. Ich wollte euch mal so eine kleine, verträumte Arena-Runde zeigen. Ich mache ja gerade noch die Vorbereitung für Montag. Das werdet ihr wahrscheinlich dann Sonntag oder so hören. Aber alles so funktioniert mit den Mods und so. Und wir sind jetzt hier gerade in der Arena, erste Runde. Und wir spielen gegen unsere In-Game-Frau mit einem Zweihänder oben bei Batania. Und dann gucken wir mal, ob wir die aus dem Latschen slappen können. Dieses Spiel ist einfach nur voll ulkig. Wir können ein Croissant gewinnen. Irgendwenn schwimmen wir jetzt. Zweihand Waffen sind so dumm. Bamm! Haben wir die weggeslappt. Zusammen im Team mit Asche. Die gehört zu unserer Party. Und eigentlich kämpfen wir jetzt gegen einen von unseren Jungs. Die hier. Die Laurana, unsere Heilerin. Und gegen so einen Random-Dude. Von Batania. Und Rüstung ist einfach hier evil. Penivel. Selbst mit einer 900er Schelle überleben die das teilweise. Weil die Rüstung einfach so krass ist. Wir haben keinen Rüstungs-Mod drauf. Wir haben die Basic-Sachen drauf. Und Rüstung ist im Basic halt ziemlich krass. Also, spielen wir jetzt wieder gegen so einen Random-Dude und einen von uns. Den haben wir abgestochen. Und dies schleppen wir auch aus dem Leben. So, und jetzt 1v1 gegen Asche. Auch ein guter Witz. Eigentlich gibt es diese Figur ingame. Ich habe sie umbenannt. Ich glaube, da heißt sie irgendwie die Wanderin oder sowas. Aschar, die Wanderin. Ich habe sie einfach Asche genannt. So ein kleiner Hint an meine Labzeit. Da gab es eine, die hieß Esche. Ja. Und die war genauso groß. Und frech. Aber sehr nett. Und die haben wir umgebeult. Ja. Das war es aus dieser Richtung. Wir sehen uns dann am Montag. Haut herein. Bleibt gesund. Euer Kion Graubut. ging Ich bin. Ich bin. Eine. Schwung.